Ich lerne Deutsch. Beispielsätze mit dem Wort Plausibel Der Begriff Plausibel beschreibt etwas, das vernünftig, glaubwürdig und nachvollziehbar erscheint. Der Begriff Plausibel beschreibt etwas, das vernünftig, glaubwürdig und nachvollziehbar erscheint. Der Begriff Plausibel beschreibt etwas, das vernünftig, glaubwürdig und nachvollziehbar erscheint. Es ist plausibel, dass die Kosten aufgrund der Inflation gestiegen sind. Es ist plausibel, dass die Kosten aufgrund der Inflation gestiegen sind. Es ist verständlich, dass die Preise wegen der Inflation höher geworden sind. Es ist plausibel, dass der Unfall durch menschliches Versagen verursacht wurde. Es ist leicht vorstellbar, dass der Unfall auf menschliches Versagen zurückzuführen ist. Ihre Entschuldigung klang nicht sehr plausibel, deshalb blieb Skepsis. Ihre Entschuldigung klang nicht sehr plausibel, deshalb blieb Skepsis. Ihre Entschuldigung war nicht sehr glaubwürdig, deshalb blieben Zweifel. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. .